ja jetzt kann ich wieder ihr habt bestimmt gedacht jetzt der gunner aus wattensiel der ist nicht mehr da habt ihr euch aber vertan dabei bei rtl oder so ja der gunner der kommt wieder ja der hört gar nicht auf weil ihr wolltet mich ja nicht mitnehmen da nach nach in die in die in das camp da im dschungel da habe ich mich selber mal auf den weg gemacht ja ja seid auch mal von hier herzlich gegrüßt ihr ihr girls and boys ja da ist ja auch ein boys der viele boys aber ein boys ist auch da ja ja und ich habe mir gedacht weil ihr mich nicht mithaben wolltet habe ich mir gedacht jetzt machen wir das spielchen mal von hier ich bin nämlich auch ein star und ich sag's euch voraus ja aber ich habe nämlich hier ich habe nämlich hier die rtl ich habe die richtige tippliste ja rtl richtige tippliste ja und das steht alles ganz genau drauf da kann ich euch schon im vorab sagen da braucht ihr gar nicht mehr anrufen nee da kann ich euch schon vorher sagen wer das gewinnt zum beispiel der der nee also mein gott walter du schaffst das nicht das kann ich dir jetzt schon sagen und und auch die sarah dingens da ja da hatten wir schon genug von da konnte ich gar nicht mehr hören da auch zu den anderen äußere ich mich gar nicht aber aber naja und war ja letztes mal und vorletztes mal und davor war ja immer im wechsel also müsste jetzt eigentlich wieder und deswegen ja ich finde mal so so dass der jüngste der jüngste der sollte das mal wieder werden weil der jüngste ich habe mal nachgeguckt benjamin ist der jüngste benjamin der jüngste der jüngste wird der erste sein oder so kann ich mir vorstellen ja und aber mehr sage ich jetzt nicht dazu aber ich werde mich noch melden weil ich ich habe ja ein talent ich kann ja voraussagen zum beispiel wie viel sterne irgendwer holt oder so ich werde mich einfach noch melden die tage da werdet ihr schon merken ja ich würde mal sagen macht euch mal einen schönen abend und wir sehen uns moin moin und grüße nach köln